Wir sind jetzt hier Richtung Schwedenplatz unterwegs. Wir befinden uns mitten in den Demonstranten. Der Verkehr wurde hier entsprechend auch lahmgelegt. Man hat hier sich zum Schwarzenbergplatz bewegt, dann ist man zum Heumarkt gegangen. Jetzt, wie gesagt, geht man runter Richtung Schwedenplatz. Also die Menge, man sieht es, die Leute sind unterwegs, sie demonstrieren, sie setzen sich ein für ihre Rechte und versuchen hier gegen den Impfzwang vorzugehen. Anfangs war es die Familien, die Kinder, die man gesehen hat. Mittlerweile haben sich auch einige Verschwörungstheoretiker darunter gemischt und Leute, die hier entsprechend für Aufsehen sorgen, auch ein bisschen Trubel machen. Die Leute haben ihre eigenen Instrumente mitgebracht. Trommeln sieht man auch, viele Flaggen und auch viele Studenten, die unterwegs sind und versuchen hier aufmerksam zu machen auf ihre Rechte. Also eine bunte Truppe, die sich hier auf den Weg gemacht hat, um zu demonstrieren. Man sieht es jetzt auch, die Menge wird jetzt geteilt, geht jetzt hier links hinauf. Also die Polizei hat da entsprechend auch Sperren aufgebaut, damit man da sozusagen nicht wahllos durch die Stadt laufen kann, sondern man hat schon den Eindruck, die Polizei hat hier einen vorgegebenen Weg, den sie die Demonstranten auch bewusst gehen lässt. Und ja, das Ziel ist zu kontrollieren. Wie gesagt, der Plan war ja von der Polizei, was wir auch bekannt gegeben haben, deeskalieren, aber beobachten und einschreiten, falls es notwendig ist. Man sieht es an den Sperren. Also hier ist definitiv ein Weg vorgezeichnet, den die Demonstranten gehen sollen, damit es nicht zu totalen Eskalationen kommen kann. Aber gibt es einen konkreten Plan? Wollen die meisten der Teilnehmer, die da jetzt sich in Bewegung gesetzt haben, zur Veranstaltung der FPÖ beim Prater? Oder was konkret ist da angedacht? Also ich konnte mit einigen der Teilnehmer sprechen. Ein Teil davon hat gesagt, sie möchten definitiv auch noch zur FPÖ und dort dann auch bei der Demonstration teilnehmen. Der restliche Trupp begibt sich auf den Schwedenplatz, um da dann noch anzuschließen. Es sollte ja geplant sein, anfangs, dass mehrere Stränge in der ganzen Stadt unterwegs sind an Demonstranten. Die Polizei hat das ja unterbunden, indem sie einen Weg sozusagen vorgegeben hat. Und man sieht, die Leute, die jetzt unterwegs sind, ein einheitliches Ziel, Schwedenplatz auf jeden Fall, aber auch ein Teil der Masse, der bei der Kundgebung der FPÖ dann wahrscheinlich dabei sein wird. Wie genau ist denn das aktuelle Vorgehen der Polizei eigentlich? Die Polizei hat hier auf den Seiten entsprechend eingekesselt. Das heißt, die Demonstranten können hier nicht wahllos durch die Gegend laufen, sondern haben an den Seiten entsprechende Polizeikontrollen. Das sind auch die entsprechenden Konvois, die hier ein Weiterkommen verhindern. Also man hat eindeutig das Bild, dass die Polizei hier bewusst durch die Innenstadt lenkt, um Eskalation zu vermeiden und auch um die Gruppen ein bisschen zu schmälern beziehungsweise den Drang an Menschen ein bisschen einzugrenzen. Wenn jetzt natürlich eine große Masse am Hauptplatz unterwegs ist, ist das etwas anderes, als wenn man sie jetzt gezielt durch Seitenstraßen lenkt. Da wird die Menge natürlich etwas kleiner, etwas schmaler. Da ist dann natürlich auch ein bisschen leichter zu kontrollieren. Also man hat das Bild, man sieht es auch vielleicht in den Aufnahmen. Die Polizei ist hier vorne, hinten an den Seiten und die versuchen da schon gezielt einen kontrollierten Weg vorzugeben, dass die Passanten beziehungsweise die Demonstranten nicht wahllos durch die Stadt laufen können. die Polizei ist hier vorne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017